Ambulante Psychiatrie bedeutet, dass Patienten in ihrem Wohnumfeld, in ihrer gewohnten Umgebung behandelt werden. Das kann zum Beispiel sein, dass sie tagsüber in eine Tagesklinik kommen, aber zu Hause übernachten. Ambulante Psychiatrie sind auch alle Ambulanzen, wo Patienten zu den psychiatrischen oder psychotherapeutischen oder auch sozialarbeiterischen und pflegerischen Angeboten in die Klinik kommen oder wohnortnah dezentral versorgt werden.